Musik Plaumützchen Eine Geschichte von Helene Stöckel, gelesen von Jasmin Stab Auf den Wellen des weiten Indischen Ozeans schwamm ein mächtiges Dampfschiff. Eine Menge von Passagieren hatte sich darauf eingeschifft und hoffte, dass eine glückliche Fahrt sie nach Europa bringen werde. Unter den Fahrgästen befand sich eine zarte englische Dame mit ihrem Knaben. Sie war die Gattin eines hochgestellten Beamten in Indien und fuhr jetzt nach England zu ihren Eltern, um ihnen ihren Knaben, den diese noch nicht kannten, zu zeigen und ihre angegriffene Gesundheit durch einen längeren Aufenthalt bei ihnen zu kräftigen. Später wollte ihr Gatte kommen, um sie und den Knaben abzuholen und sie wieder mit sich nach Indien zu nehmen. Während Mrs. Elliot meist still in einem Schaukelstuhl an einer geschützten Stelle des Schiffes saß, spielte ihr Knabe vergnügt auf dem Verdeck herum. Er war ein lebhaftes und hübsches Kind, freundlich und zutraulich gegen jedermann. Wohlgemut verkehrte er mit seinen Altersgenossen unter den Passagieren. Am liebsten aber sah er den Matrosen bei ihrer Arbeit zu. Alles, was sie taten, interessierte ihn. Und so grob die Matrosen sein konnten, wenn große Leute ihnen in den Weg kamen. Der kleine, flinke Junge konnte ihnen zwischen die Füße laufen, so viel er wollte, ohne dass einer von ihnen ein böses Wort gesagt hätte. Ein alter Matrose besonders, ein Bootsmann mit wettergebräuntem und gefurchtem Gesicht, hatte mit dem Kleinen gute Freundschaft geschlossen. So oft es eine Feierstunde für ihn gab, sah man den grauhaarigen, rauen Seemann und den Knaben nebeneinander auf irgendeinem Haufen von Tauen oder alten Segeln sitzen. Und der Bootsmann erzählte dem Knaben etwas oder schnitt ihm aus einem Stückchen Holz allerhand hübsche Sachen aus. Zweimal schon hatte der Wind beim lustigen Herumspringen dem Knaben den Hut vom Kopf genommen. Jetzt hatte die Mama ihm aus einer seidenen Scherpe von sich ein blaues Käppchen gemacht, das dem Kleinen ganz allerliebst saß. Nun gib aber auch acht, dass du das Mützchen nicht wieder verlierst, mahnte die Mutter, als sie es ihm gab. Du darfst es nie weglegen oder vergessen, hörst du wohl? Der Knabe versprach es und hielt getreulich sein Versprechen. Den ganzen Tag lang, ob die Sonne schien oder nicht, hatte er das Mützchen auf dem Kopf. Alle Abende kam er triumphierend angesprungen. Siehst du, Mama, ich habe mein Mützchen noch. Die Matrosen, denen sein eigentlicher Name, er hieß Percival, nicht recht geläufig war, nannten ihn Blaumützchen. Und weil der Name so gut zu ihm passte, nannten ihn bald auch die Passagiere so. Und selbst seine Mutter nannte ihn im Scherz zuweilen Blaumützchen. Der Knabe aber war ganz stolz auf diesen Namen und hielt sein Mützchen nur umso höher in Ehren. Schon hatte man einen guten Teil der Fahrt hinter sich und alles freute sich, bald am Ziel zu sein, als eine Nacht des Schreckens über das Schiff hereinbra. Ein furchtbarer Stoß, dann ein lautes Tröhnen und Krachen, vermischt mit wildem Geschrei, weckte die Passagiere aus ihrem Schlaf. Oben auf dem Verdeck empfing die Entsetzten eine Szene der schrecklichsten Verwirrung. In wilder Hast stürzte die Schiffsmannschaft durcheinander, um die Rettungsboote freizumachen und ins Wasser zu bringen. Kommandorufe und das schrille Pfeifen der Bootsleute klang dazwischen. Was geschehen war? Ob das Schiff auf eine Klippe aufgerannt? Ob ein anderes Schiff mit ihm zusammengestoßen war? Wer konnte es in diesem Getümmel erfahren? Wir sinken! Wir sinken! War alles, was einer dem anderen Totenbleich zuschrie. In fliegender Hast hatte die Mutter sich und ihrem Knaben die nötigsten Kleidungsstücke übergeworfen und war mit ihm auf das Verdeck geeilt. Halb betäubt lehnte die schwache Frau inmitten des Tumults an dem Geländer des Schiffes. Jetzt war es gelungen, die Boote auszusetzen. Jeder wollte zuerst hinein. Der Kapitän, dessen Machtwort wohl Ordnung erzwungen hätte, lag, von einer herabfallenden Segelstange am Kopf getroffen, bewusstlos da. Er war zuerst in eins der Boote gebracht. Ihm nach drängte alles in wirrem durcheinander. Die Frauen und Kinder zuerst! riefen einige der Besonneneren. Eben traten ein paar Matrosen herzu, um die halb ohnmächtige Mutter über die schwankende Schiffsleiter zu heben. Da riss Blaumützchen sich von ihrer Hand los. Mama, Mama, ich habe mein Mützchen vergessen. Ich komme gleich. Vergebens suchte die Mutter, ihn aufzuhalten. Ihre Stimme verhallte machtlos in dem ungeheuren Aufruhr. Im nächsten Augenblick befand sie sich in dem dicht gedrängten Boot. Auch die anderen Boote füllten sich schnell. Es war die höchste Zeit abzustoßen, wenn die Boote nicht in Gefahr kommen sollten, von dem sinkenden Schiff mit in die Tiefe gezogen zu werden. Mein Kind! Mein Kind ist noch auf dem Schiff! jammerte die Mutter. Es wird in eins der anderen Boote gekommen sein, beruhigte man sie. Auf dem Verdeck war niemand mehr zu erblicken. Die Boote stießen ab. Man konnte einige hundert Ruderschläge von dem Schiff entfernt sein. Da zeigte sich plötzlich auf dem Schiffsgeländer die Gestalt des Knaben, der sein Mützchen schwingend rief. Mama! Mama! Ich hab mein Mützchen schon! Komm doch und hole mich! Mein Kind! Zurück zu meinem Kind! schrie die Mutter. Aber ihr Flehen begegnete Taubenohren. Die Todesfurcht machte die Leute gefühllos. Sollte um des eines Kindes willen das Leben aller, die im Bote waren, gefährdet werden? Zu spät! scholl es ihr von allen Seiten in die Ohren. Und mit verdoppeltem Eifer senkten die Matrosen die Ruder ins Wasser. Da fiel der Blick der unglücklichen Mutter auf den alten Bootsmann, den Freund Blaumützchens, der mitleidig nach dem Knaben sah. Rettet mein Kind, rief sie, seine Knie in höchster Verzweiflung umklammernd. Rettet mein Kind! Der alte Mann maß mit den Augen den mit jeder Minute sich vergrößernden Zwischenraum zwischen dem Boot und dem Schiff. Holen kann ich ihn nicht mehr, sagte er dann. Aber zu ihm gehen kann ich. An mir altem Burschen ist nicht viel gelegen. Ich will dem armen Blaumützchen Gesellschaft leisten. Ehe die anderen noch recht begriffen hatten, was er wollte, hatte er seine Jacke von sich geworfen und sich ins Meer gestürzt. Mit kräftigen Armen teilte er das Wasser. Die Mutter sah, wie er das Schiff erreichte, sich an einem herabhängenden Tau hinaufschwang und Blaumützchen von dem Geländer hinweg trug. Weiter aber sah sie nichts. Die furchtbare Gemütserschütterung raubte er das Bewusstsein. Sie sank ohnmächtig in das Boot zurück. Auf dem Hafendamm zu Plümauf stand ein junger Mann in Seemannstracht neben einem halberwachsenen Mädchen, dem die Tränen unaufhörlich über die Wangen liefen. Ihre Blicke waren auf einen einiger Entfernung vor Anker liegendes Schiff gerichtet. »Da kommt das Boot, um mich abzuholen«, sagte der junge Mann, auf ein kleines Fahrzeug deutend, das eben vom Schiff abstieß und von zwei Matrosen dem Land zugerudert wurde. »Es wird mir so schwer, dich diesmal vorzulassen«, sagte das junge Mädchen, die Hand des Bruders angstvoll umklammernd. »Weshalb? Es ist ja nicht die erste weite Reise, die ich mache.« »Nein, aber es betrübt mich so, dass du die Fahrt als Steuermann machen sollst, während du doch die Kapitänsprüfung so gut bestanden hast.« »Du weißt, Mary«, sagte der junge Mann ernst, »wie viel Mühe ich mir gegeben habe, eine Stelle als Kapitän zu erlangen. Aber es wollte sich ja keine finden. Die Krankheit der lieben Mutter hat unsere kleinen Ersparnisse aufgezehrt. Es blieb mir nichts übrig, als die erste Stelle anzunehmen, die sich mir bot. Der Kapitän zahlt zwar weniger als andere, aber er hat mir einen Teil davon im Voraus gezahlt. Damit reicht ihr wohl aus, bis ich wiederkomme, sodass ich ohne Sorge euretwegen sein kann.« »Das Wohl, aber du sagst selbst, dass dir der Kapitän und die Schiffsmannschaft nicht gefallen.« »Das habe ich allerdings gesagt. Wenn ich aber meine Pflicht gewissenhaft erfülle, braucht alles andere mich nicht zu bekümmern. Gottes Hand kann mich auf dem fernsten Meere so gut beschützen wie hier. Und nun lebe wohl, liebe Mary. Pflege die Mutter gut und lass es ihr an nichts fehlen, hörst du?« Er drückte die weinende Schwester noch einmal in seine Arme. Dann sprang er in das Boot, das ihn an Bord bringen sollte. Der Hesperus, dies war der Name des Schiffes, das den jungen Warwick als Steuermann aufnahm, war ein schmuckes, starkes Schiff. Dass aber sein Urteil über den Kapitän und die Mannschaft kein voreiliges gewesen war, das zeigten dem jungen Mann schon die nächsten Tage. Wie er selber, so waren auch die meisten Matrosen für einen geringeren als den gebräuchlichen Lohn gemietet worden. Es hatten sich daher auf dem Schiff meist wilde, unbotmäßige Burschen zusammengefunden, die kein anderer Kapitän wollte oder die irgendetwas verschuldet hatten und deshalb froh waren, von der Heimat fortzukommen. Dem Kapitän, dem alles, was er auf der Fahrt ersparte, als Nutzen zu viel, war augenscheinlich nur darum zu tun, das Schiff recht bald und recht billig an seinen Bestimmungsort zu bringen. Kaum waren sie auf offener See, als ich zeigte, dass er, um möglichst wenig für die Verpflegung der Leute auszugeben, die allerschlechtesten Lebensmittel eingekauft hatte. Die Matrosen konnten das moderige Brot und das übel riechende Fleisch nicht essen. Aber der Proviantmeister, der es mit dem Kapitän hielt, wies sie höhnisch mit ihren Klagen zurück. Und Wawik, an den sie sich jetzt wandten, konnte ihnen nicht helfen, so gern er auch gewollt hätte. Er sah wohl ein, dass die Matrosen, wenn sie schwer arbeiten sollten, auch ordentlich zu essen haben müssten. Als er es aber wagte, dem Kapitän Vorstellungen zu machen, herrschte dieser ihn an, das sei seine Sache. Er solle sich hüten, die Mannschaft gegen ihn aufzuwiegeln. Wawik wusste, wie streng jede Auflehnung gegen den Kapitän von den Gesetzen bestraft wurde und musste schweigen. Die Erbitterung der Matrosen stieg von Tag zu Tag. Sie vernachlässigten den Dienst. Der Kapitän ordnete Strafen an. Die Matrosen murrten und wollten sich den Strafen nicht fügen. Wawik wünschte aus tiefster Seele, dass diese böse Fahrt bald ein Ende nehmen möge und er das Schiff verlassen könne. Eines Tages, als er nachdenklich auf dem Verdeck hin und her schritt, erscholl aus dem Mast der Ruf, »Ein Wrack in Sicht!« Alles stürzte zum Verdeckrand, um nach dem Wrack auszusehen. Denn ein Wrack ist für alle Seefahrer eine aufregende Entdeckung. Erinnert sie doch nur allzu deutlich daran, welchen Gefahren sie selbst jederzeit ausgesetzt sind. Bald war man dem Wrack nah genug, um es mit bloßen Augen deutlich zu erkennen. Schwerfällig, von einer Seite zur anderen rollend, trugen die Wellen es daher. Auf seinem nur noch wenig aus dem Wasser ragenden Verdeck war nichts Lebendes zu bemerken. »Soll ein Boot zum Wrack hinüberfahren, Sir?« fragte Wawik den Kapitän, der bisher stumm durch sein Fernrohr nach dem verlassenen Schiff hinübergeschaut hatte. Dieser fuhr ihn mürrisch an. »Möchte wissen, was der alte Kasten uns angeht. Lassen Sie ihn schwimmen, wohin er will.« Der Kapitän schob sein Fernrohr zusammen und stieg in seine Kajüte hinab. Plötzlich rief der eine der Matrosen, der noch immer über die Brüstung gelehnt zum Wrack hinübergeschaut hatte. »Es sind Menschen auf dem Schiff! Bei Gott, es winkt jemand mit einem Tuch!« Wawik strengte seine Augen an. Wahrhaftig! Aus einem der Kajütenfenster wehte ein rotes Tuch, wie die Matrosen als Schal um den Hals zu tragen pflegen, winkend auf und nieder. Die ganze Mannschaft geriet in Aufregung. So verhärtet und rodige Mütter dieser Matrosen sein mochten, der Gedanke, dass Menschen, Seefahrer wie sie, dort drüben in Todesnot schwebten, rief unwillkürlich ihre Teilnahme wach. Mit ein paar Sätzen war Wawik die Schiffstreppe hinuntergesprungen und stand in der Kajüte vor dem Kapitän. »Herr Kapitän, ich bitte um die Erlaubnis, ein Boot auszusetzen. Es sind Menschen auf dem Wrack.« Der Kapitän stieß einen Fluch aus. »Was kümmert Sie das? Habe ich Ihnen nicht schon gesagt, dass Sie den Kasten schwimmen lassen sollen, wohin er will?« Wawiks Augen flammten vor Entrüstung. »Es kann ja ernst nicht sein, die Unglücklichen ihrem Schicksal zu überlassen. Ihre Pflicht erfordert...« »Meine Pflicht? Was unterstehen Sie sich?« brauste der Kapitän auf. »Sind Sie Kommandant des Schiffs? Oder bin ich's? Ihre Pflicht ist zu gehorchen, weiter nichts. Haben Sie verstanden?« Vor Aufregung zitternd stieg Wawik wieder auf das Verdeck. Das Tuch flatterte noch immer aus dem Kajütenfenster des Wracks. Es kehrte ihm das Herz um, zu wissen, dass die Unglücklichen dort sie sahen und Hilfe von ihnen erwarteten und dass sie mitleidslos an ihnen vorbeifahren sollten. »Nein, das soll nicht geschehen,« flüsterte er vor sich hin. Dann wandte er sich entschlossen an die Mannschaft. »Wer fährt mit mir zum Wrack hinüber?« »Ich, Sir, ich!« Die Matrosen drängten sich zu ihm. Sie wussten alle, dass sie gegen den Befehl des Kapitäns handelten, aber sie fragten in diesem Augenblick wenig danach. Im Nu hatten die sechs Matrosen, welche Wawik ausgewählt hatte, ein Boot ins Wasser gebracht und stiegen mit ihm ein. Ehe der Kapitän, von dem unvermeidlichen Geräusch dabei aufmerksam gemacht, auf dem Verdeck erschien, schwamm das Boot schon lustig zwischen dem Schiff und dem Wrack. »Wenn der Kapitän uns nun im Stich lässt und ohne uns weiterfährt,« meinte Wawik besorgt. »Das wird er wohl bleiben lassen,« entgegnete einer der Matrosen. »Er kann uns sechs Mann nicht entbehren und sie als Steuermann schon gar nicht.« Bald waren sie neben dem Wrack. Sie befestigten das Boot, so gut es ging, und erkletterten das Verdeck. Alles war totenstill darauf. Als sie zu den Kajüten hinabgestiegen, sahen sie, dass das Schiff so hoch mit Wasser gefüllt war, dass es voraussichtlich in ganz kurzer Zeit sinken musste. Allerlei Fässer und Kisten, die sich losgerissen, hatten sich vor den Kajüten angehäuft, und die Türen so fest verrammelt, dass sie von innen nicht zu öffnen waren. Die Matrosen warfen die Massen zurück und öffneten die Kajüte, von der aus das Tuch herausgeweht hatte. Ein alter Matrose mit eingefallenem Gesicht und tief liegenden Augen trat ihnen schwankenden Schrittes entgegen. Er wollte sie begrüßen, aber die Stimme versagte ihm. Nur durch Zeichen konnte er ihnen verständlich machen, dass er vor Durst nicht sprechen könne. Dann wies er auf eins der Wand betten, in dem ein kleiner Junge das blasse Gesichtchen von Haar umgeben lag. Als Wawik sich mitleidig über ihn neigte, fuhr er aus dem Halbschlummer auf, in den die Erschöpfung ihn versetzt hatte. Bringst du Wasser? fragte er, Wawik erwartungsvoll ansehend. So matt seine Stimme klang, hatte sie doch nichts von dem heißeren Ton des Matrosen, der sich den letzten Trunk Wasser versagt haben mochte, um den Knaben zu erquicken. Die Matrosen stützten ihren Kameraden, Wawik nahm den Knaben auf den Arm. Mein Mützchen, sagte dieser ängstlich, sich noch einmal zurück wendend und ein blaues Käppchen, das neben ihm gelegen ergreifend. Vorsichtig wurden beide in das Boot gebracht und dann die Rückfahrt zum Schiff mit ihnen angetreten. Dort wurden die halb verschmachteten sogleich mit Wasser gelabt. Der alte Mann hatte sich bald so weit erholt, dass Wawik ihn beruhigt der Sorge seiner Kameraden überlassen konnte. Den Knaben, der sein Mützchen fest an sich gedrückt hielt, trug er selbst in seine Kajüte. Auf der Treppe begegnete ihnen der Kapitän. Er warf einen bösen Blick auf beide. Sie haben sich unterstanden, gegen meinen ausdrücklichen Befehl zu handeln. Sobald wir am Land sind, werde ich sie zur Verantwortung ziehen. Der Knabe da dürfte ihnen teuer zu stehen kommen. Das Kind, erschreckt durch die rauen Worte des Kapitäns, klammerte sich ängstlich an Wawik an. Dieser schloss schützend seine Arme um ihn. Mochte kommen, was da wolle. Er hatte zwei Menschenleben gerettet. Das musste sein Trost sein. Der alte Bootsmann war bald im Stande, an der Arbeit der anderen Matrosen teilzunehmen. Blaumützchen, so wollen wir den Knaben nennen, ward stillschweigend der Sorge Wawiks überlassen. Er ließ ihn mit sich in einem Bett schlafen und teilte willig seine schmalen Rationen mit ihm. Bald war der Knabe unzertrennlich von ihm. Wie ein Hündchen lief er ihm nach, auf Schritt und Tritt. Wo immer sich die hohe Gestalt Wawiks zeigte, da war man sicher, auch Blaumützchen anzutreffen. und half ihm über die Sorgen der nächsten Tage hinweg. Die Stimmung der Matrosen gegen den Kapitän, der sie darben ließ, während er sich selbst in seiner Kajüte mit dem Proviantmeister gütlich tat, ward von Tag zu Tag drohender. Schon fingen sie an, dem Kapitän offen Trotz zu bieten. Nur mit größter Mühe konnte Wawik sie noch zur Erfüllung ihrer Pflicht bestimmen. Es war Nacht. Schlaflos lag Wawik neben dem Knaben. Für den nächsten Morgen hatte der Kapitän die Auspeitschung eines Matrosen, der sich gegen ihn vergangen hatte, angeordnet. Wawik wusste, dass die übrige Mannschaft sich der Bestrafung ihres Kameraden widersetzen würde. Da ward die Stille der Nacht plötzlich durch die schweren Schritte sich durcheinander drängender Menschen, durch wildes Geschrei, und das Klirren schwerer Gegenstände unterbrochen. Gleich darauf hörte man das Krachen eingeschlagener Türen und gellende Hilferufe. Entsetzt sprang Wawik auf. Die Matrosen hatten den Kapitän überfallen. Er musste ihm beistehen. Als er zur Tür kam, fand er sie verschlossen. Er war machtlos und gefangen. Das Hilfegeschrei verstummte. Man hörte, wie ein paar schwere Gegenstände die Schiffstreppe hinauf auf das Verdeck geschleppt und dann über die Brüstung ins Wasser geworfen wurden. Eine Weile tränkten die Matrosen noch hin und her. Dann ward alles still. Wawik verbrachte den Rest der Nacht auf dem Bettrand, neben dem friedlich schlafenden Knaben sitzend. Als der Tag anbrach, ward die Tür aufgerissen. Die Matrosen drängten hinein. Einer derselben nahm das Wort. Der Kapitän und sein Helfershelfer, der Proviantmeister, haben ihren Lohn gefunden. Das Schiff ist unser. Wir kommen, sie zu fragen, ob sie die Leitung des Schiffes übernehmen und uns an die nächste Küste bringen wollen. Wawik blickte ihn düster an. Mit Meuchelmördern kann ich nichts zu tun haben, wollte er rufen. Da fiel sein Blick auf den Knaben, der, aus dem Schlaf aufgeschreckt, angstvoll die Hände nach ihm ausstreckte. Weigerte er sich, die Führung des Schiffes zu übernehmen, so war sein Tod gewiss, und der Knabe blieb schutzlos den gottlosen Menschen überlassen. Ans Land kamen sie wohl auch ohne ihn. Ob sie die irdische Strafe für ihre Übeltat fanden oder nicht, das musste er Gott überlassen. Ich will das Schiff führen, sagte er nach kurzem Kampf entschlossen. Wenn mein und des Kindes leben sicher bei euch sind. Es soll ihnen beiden kein Haar gekrümmt werden, sagte der Matrose. Schwere Tage folgten. Die Matrosen suchten ihre Freiheit, so viel als möglich auszunutzen. Sie bemächtigten sich aller Lebensmittel im Schiff und lagen zechend auf dem Verdeck herum, nur dann sich aufraffend, wenn die Leitung des Schiffes ihre Arbeit ganz unentbehrlich machte. Gern hätte Wawik zuweilen mit dem alten Bootsmann gesprochen, der Blaumützchen an Bord gebracht. Doch schien dieser sich absichtlich von ihm und dem Knaben fernzuhalten. So war wieder eine Nacht herbeigekommen. Eben wollte Wawik sein Licht löschen, um sich für einen Teil der Nacht wenigstens zur Ruhe zu legen. Da pochte es plötzlich leise, aber vernehmlich an das Kajütenfenster. Im höchsten Grade verwundert, wer vom Meer aus an das Fenster klopfen könne, öffnete er dasselbe. Da sah er den alten Bootsmann an einem der Seile vom Wadeck herunter hängen. Mit den Füßen stützte er sich auf einen Vorsprung. Vorsichtig den Kopf zum Fenster hereinsteckend flüsterte er, Ich muss mit Ihnen sprechen, Herr. Warum kommt ihr nicht bei Tage? Die Matrosen trauen mir nicht, weil ich mit der Ermordung des Kapitäns nichts zu tun haben wollte. Sie ahnen, dass ich im Stillen zu Ihnen halte und beobachten mich auf Schritt und Tritt. Da habe ich es auf diese Art versucht. Aber ich muss mich beeilen, sonst sehen sie mich. Um Gottes Willen, was gibt's? fragte Wawik besorgt. Die Leute haben böses Spiel vor. Sie wollen das Schiff morgen mit den Booten verlassen und sich um der Strafe zu entgehen für Schiff brüchige ausgeben. Sie Herr sollen auf dem Schiff zurückbleiben, um sie nicht verraten zu können. Und der Knabe auch. Und ihr? Ich denke, sie wollen mich auch hier lassen, wenn sie sich auch jetzt nichts davon merken lassen. Umso besser. So bleiben wir drei beisammen und warten, bis ein Schiff uns trifft und mit sich nimmt. Das wollen die Schurken eben verhindern. Sie wollen das Schiff, ehe sie es verlassen, anbohren, damit es sinken muss. Die Elenden, rief Wawik empört. Ja, aber es soll ihnen nicht gelingen, fuhr der Matrose leise vor sich hin lachend fort. Können sie Löcher ins Schiff bohren, so kann ich sie wieder zustopfen. Ich denke mich unten im Schiffsraum zu verstecken, um gleich bei der Hand zu sein. Aber sie werden euch vermissen und argwohn schöpfen. Darum muss ich heute Nacht ertrinken. Wie meint ihr das? Ich habe ein paar Stücke alten Eisens in eine Jacke von mir gebunden. Heute Nacht, wenn ich Wache habe, werfe ich den Pack ins Wasser und mache mich davon, ehe sie zusammenlaufen, damit sie glauben, ich selbst sei ins Wasser gefallen. Sie werden sich nicht allzu sehr anstrengen, mich zu retten, meine ich. Aber nun Gott befohlen, Herr, es ist die höchste Zeit, dass ich wieder an Deck komme. Der alte Mann führte seinen Plan so aus, wie er sich vorgenommen hatte. Mitten in der Nacht weckte der Ruf Mann über Bord die Mannschaft auf. Als alle zusammengekommen waren, zeigte es sich, dass der alte Bootsmann fehlte. Wohl setzte man ein Boot nach ihm aus, aber es kehrte bald unverrichteter Sache zurück. Die Leute schienen heimlich froh, den alten Bootsmann, dessen Verschwiegenheit sie nicht trauten, auf so gute Art losgeworden zu sein. Mit Tagesanbruch begann ein reges Leben auf dem Schiff. Die Boote wurden in Stand gesetzt, Wasserfässer und Proviant hineingeschafft. Was habt ihr vor? fragte Wawik. Wir wollen mit den Booten zur nächsten Küste. Als aber Wawik sich anschickte, seine und Blaumützchens Sachen ins Boot zu schaffen, war der finster zurück gewesen. Sie bleiben auf dem Schiff, das könnt ihr nicht im Ernst meinen. Ihr wisst recht gut, dass ein einzelner Mann das Schiff nicht regieren kann. Ihr habt mir mein Leben zugesichert. Tun wir ihnen etwas zu leide. Vielleicht nimmt ein vorüberfahren runterzuheben. Dieser aber, der bisher den Verhandlungen stumm, mit großen Augen zugehört, hielt sich jetzt fest an Wawik an. Ich bleibe bei dir, ich bleibe bei dir. Wird doch am besten so sein, sagte der Mann und wandte sich mit rohem Lachen ab. Mit angstvoll klopfendem Herzen lehnte Wawik, den Knaben auf dem Arm, an dem Schiffsgeländer. Jetzt waren alle Vorbereitungen beendet, die Matrosen begannen einzusteigen. Wie, wenn der Bootsmann sich getäuscht hätte und sie das Schiff doch unbeschädigt ließen. Aber nein, einer von ihnen blieb zurück und stieg in den Schiffsraum hinab. Wawik wusste, was er dort tun wollte. Gespannt horchte er nach dem Schiffsraum hinab. Wenn er den Bootsmann unten entdeckte und ein Kampf zwischen beiden Männern entstand. Wenn der Bootsmann den rechten Augenblick versäumte und es ihm nicht gelang, die Löcher zuzustopfen. Ein paar qualvolle Minuten vergingen. Dann kam der Mann eilig auf das Verdeck herauf. Der höhnische Ausdruck seines Gesichts, mit dem er ihnen einen Abschiedsgruß zuwinkte, zeigte, dass er sein Werk wohl gelungen glaubte. Kaum war das Boot ein Stück vom Schiff entfernt, so steckte der alte Bootsmann vorsichtig den Kopf auf das Verdeck. Sind sie fort? Nun, Gott sei Dank, da schwimmen sie ja. Alles ist gut gegangen, Herr. Der Schurke hat ein paar tüchtige Löcher hineingebohrt. Aber ich hielt die nötigen Bolzen schon bereit. Kaum war er fort, so schlug ich sie in die Löcher. Solange wir gutes Wetter haben, sind wir sicherer hier auf dem Schiff, als sie in ihren überfüllten Booten. Die beiden Männer schüttelten sich herzhaft die Hände. Blaumützchen aber schwang sein Käppchen und rief, Hurra, nun sind die bösen Männer fort. Nun fahren wir zu Mama. Einige Tage vergingen. Kein Schiff wollte sich zeigen, sie aufzunehmen. So sorgsam sie auch danach ausspäten. Da die beiden Männer das Schiff nicht allein regieren konnten, hatten sie die Segel alle eingezogen, das Steuerruder festgestellt und dann das Schiff sich selbst überlassen müssen. Während der ersten beiden Tage gingen die Wellen ruhig. Ein leichter, stetiger Wind trieb das Schiff zwar langsam, doch in derselben Richtung vor sich her. Am Abend des dritten Tages aber erhob sich ein heftiger Wind. Die ganze Nacht hindurch warf er das Schiff von einer Seite auf die andere. Gegen Morgen legte sich der Wind zwar, aber eines der Geburtenlöcher musste sich geöffnet haben. Gerade als Warwick für Blaumützchen den Kaffee bereitet hatte, stürzte der Bootsmann mit schreckensbleichem Gesicht zu ihnen in die Kajüte. Wir haben vier Fuß Wasser im Schiffsraum. In einer Stunde sinkt das Schiff. Warwick erblasste. Aber er verlor seine Besinnung nicht. Das kleine Boot des Kapitäns ist uns geblieben. Wir müssen versuchen, uns damit zu retten. Das Boot ward von den beiden Männern in größter Eile ins Wasser hinabgelassen. Ein paar Ruder, ein Fässchen mit Wasser, ein anderes mit Zwieback, eine wollene Decke, den Knaben hineinzuwickeln, wurden darin untergebracht. Mehr vermochte das kleine, nur für eine oder zwei Personen berechnete Boot nicht aufzunehmen. Dann stieg der Bootsmann ein. Warwick reichte ihm den Knaben zu, der sein Mützchen sorglich festhielt, damit es nicht ins Wasser falle. Dann folgte er selber nach. Mit hastigen Ruderschlägen entfernten sie sich vom Schiff. Es war die höchste Zeit gewesen, es zu verlassen. Tiefer und tiefer sank es in das Wasser. Jetzt war sein Verdeck in einer Linie mit der Wasseroberfläche. Jetzt schlugen die Wellen darüber zusammen. Noch ragten die Masten und Segel aus dem Wasser. Jetzt verschwanden auch sie. Das Wasser schloss sich gurgelnd über dem schönen, stolzen Schiff. Weine nicht, sagte Warwick, den laut aufschluchzenden Knaben an sich ziehend. Gott ist auch in diesem kleinen Boot bei uns und kann uns erraten, wenn er will. Den ganzen Tag über schwammen sie in der winzigen Nussschale auf dem weiten, grenzenlosen Ozean. So ängstlich ihre Blicke auch über den glänzenden Wasserspiegel spähten, kein Segel wollte sich zeigen. Von Zeit zu Zeit tauchte Warwick ein Stück Zwieback in etwas Wasser und gab es Blaumützchen, der, in die Decke gehüllt, geduldig an einer Seite des Bootes gelehnt da saß. Ich fürchte, es ist ein Sturm im Anzug, sagte der Bootsmann besorgt, als sich gegen Abend hier und da weiße Schaumflocken auf dem noch ruhigen, aber auffällig dunkel gefärbten Wasser zeigten. Ich meine, wir stellen das Rudern jetzt ein und suchen ein paar Stunden lang zu schlafen. Wir werden unsere Kräfte wohl bald nötig haben. Was dann aus uns in diesem Boot werden soll, weiß Gott allein. Eine schwarze, undurchdringliche Nacht senkte sich herab. Nichts war zu sehen als der dunkle Himmel über ihnen und das weite dunkle Meer um sie herum. Der Bootsmann hatte sich zum Schlafen zusammengekauert. Auch Warwick hatte das vergebliche Hinausspähen aufgegeben und saß, Blaumützchen an sich gedrückt, zwischen Schlaf und Wachen da. Plötzlich fühlte er die Hand des Knaben über seine Wange fahren. Was willst du, Kind? Hörst du nichts? fragte der Kleine. Es klingt gerade so. Als ob jemand ganz in der Ferne da drüben atme. Warwick horchte aufmerksam in die schweigende Nacht hinaus. Tiefe Stille herrschte. Nur die Atemzüge des Bootsmannes und das leise Anschlagen der Wellen an den Kahn ließen sich vernehmen. Schon wollte Warwick den Kleinen zur Ruhe weisen. Da. Ja. Jetzt hatte er es auch gehört. Wie ein fernes, mächtiges Atmen kam es über die Wasserfläche daher. Jetzt leiser, jetzt stärker, jetzt aussetzend und jetzt wiederkommend. Er rüttelte den Bootsmann wach. Hörst doch! Was kann das sein? Was das sein kann? Nur einen Augenblick horchte der alte Mann in die Ferne hinaus. Dann rief er frohlockend. Das ist ein Dampfschiff, das auf uns zukommt. So wahr Gott uns helfe. Ein Dampfschiff? Blaumützchen, wir sind gerettet, rief Warwick jubelnd, dem Bootsmann die Hand schüttelnd. Ja, ein Dampfer war es. Immer deutlicher hörte man sein Pusten und Schnauben durch die Nacht daherkommen. Plötzlich fühlte sich Warwick von furchtbarem Schreck erfasst. Barmherziger Himmel, wenn das Schiff vorbeifährt, ohne uns zu bemerken. Er legte beide Hände an den Mund und schrie, so laut er konnte, hinein. Aber kraftlos verhallte seine Stimme auf der weiten Wasserfläche. Wir müssen Ihnen ein Feuersignal geben, sagte der Bootsmann. Aber womit? Wir müssen die Ruder verbrennen. Die Ruder? Dann sind wir ja ganz verloren. Das sind wir auf jeden Fall, wenn uns das Schiff nicht aufnimmt. Der Sturm kommt. Merken Sie nicht, dass die Wellen schon höher gehen? Es bleibt uns keine Wahl. Er kerbte mit seinem Messer das Ruder ein und legte klimmenden Zunder daran. Aber das vom Wasser durchtränkte Holz wollte nicht brennen. Das Schiff wird vorbei, rief Warwick. In tödlicher Angst auf den Dampfer deutend, dessen gewaltiger Rumpf sich jetzt deutlich von dem nächtlichen Himmel abhob. Der Bootsmann riss schweigend sein wollenes Hemd vom Leib und hielt den Zunder daran. Es klimmte. Aber es brannte nicht. Als er es jetzt aber um das Ruder schlang und mit diesem im Kreise herumschwang, da zuckte eine helle Flamme auf. Aber sie erlosch, ohne dass man sie auf dem Schiff gesehen zu haben schien. Warwick reichte seine Hand hin. Wieder schwang der Alte es in feurigem Kreise durch die Luft. Und jetzt! O Gnade Gottes! Jetzt schoss von dem Schiff ein feuriger Strahl zum Himmel auf. Eine Rakete! Sie haben eine Rakete steigen lassen! Zum Zeichen, dass Sie uns gesehen! Riefen Warwick und der Bootsmann. Lichter blitzten auf dem Verdeck auf. Eins davon löste sich vom Schiff ab und kam auf sie zu. Das musste ein Boot sein, das nach ihnen ausgesetzt war. Was sie noch brennbares besaßen, ihre Jacken, die Decke Blaumützchens, ward angezündet, um dem Boot die Richtung anzugeben. Jetzt hörten sie das Holler, der Ruderer, zu sich herüber dringen. So laut sie konnten, schrien sie zurück. Selbst Blaumützchen ließ sein Stimmchen erschallen. Nun lagen sie Boot an Boot und wurden in das größere Boot hineingehoben. Jetzt kamen sie bei dem Schiff an. Laternen leuchteten ihnen entgegen. Ein Dutzend hilfreicher Arme streckten sich aus, ihnen die Schiffstreppe hinaufzuhelfen. Nun standen sie auf dem Verdeck. Die Passagiere waren erwacht und kamen aus ihren Kajüten heraus, die Schiffsbrüchigen willkommen zu heißen. Besonders den kleinen hübschen Knaben, der, sein Mützchen in der Hand, dicht an Warwicks Seite stand. Da drängte sich ein Herr in den Lichtkreis. Einen Augenblick starrte er ungläubig und verwirrt auf den Knaben. Dann schrie er auf. Percival, mein Junge, kennst du mich nicht? Blaumützchen sah auf. Mit einem Sprung hing er an dem Hals des Herrn. Oh, Papa, Papa, nun ist alles gut. Nun fahren wir zusammen zur Mama. Draußen tobten Wind und Wellen. Drinnen in dem guten Schiff hielt der Vater seinen wiedergefundenen Knaben sicher und warm in seinen Armen. Blaumützchens Mutter war mit den übrigen Schiffbrüchigen von einem englischen Schiff aufgenommen worden. Glücklich hatte sie England und ihre Verwandten erreicht. Aber der ausgestandene Schreck und der Jammer um ihr verlorenes Kind warfen sie kaum angekommen auf das Krankenlager. Ihre Eltern hatten in der Angst um sie an ihren Gatten telegrafiert. Die Doppelnachricht von dem Verlust seines Kindes und der schweren Erkrankung seiner Frau hatte ihn tief erschüttert. Er hatte sich auf dem nächsten nach Europa gehenden Dampfer eingeschifft, um, wie wir gesehen haben, mitten auf dem Ozean seinen Knaben wiederzufinden. In dem Landhaus, in dem Blaumützchens Mutter auf dem Krankenbett lag, herrschte peinliche Stille. Der Doktor hatte erklärt, dass jede plötzliche Aufregung der kranken Frau tödlich werden könne. Erst nach sorgfältiger Vorbereitung hatte ihr Gatte wagen dürfen, zu ihr zu treten. Ihr tief bedrücktes Herz hatte sich bei dem Wiedersehen mit ihm in Tränenströmen Luft gemacht. Von Blaumützchens Rettung wusste sie noch nichts. Jetzt saß ihr Gatte neben ihr und streichelte sanft die Hand der Bekümmerten. Unser Kind, schluchzte sie. Wie kann ich leben, wenn Percival tot ist? Weißt du denn, dass er tot ist? Fragte er sanft. Blieb er denn nicht auf dem sinkenden Schiff zurück? Vielleicht sank das Schiff nicht. Schon manches Fahrzeug erhielt sich auf dem Wasser, nachdem das Wasser in ihm eine bestimmte Höhe erreicht hatte. Und wenn auch? Musste das Kind nicht verderben, ganz alleine auf dem verlassenen Schiff? Sagtest du mir nicht, dass sein Freund, der alte Bootsmann, zu ihm ging? Ja, um mit ihm zu sterben. Sie sind beide tot. Wer weiß? Wie oft liest man in den Zeitungen von wunderbaren Rettungen? Denke doch nur, dass auch das Schiff, das mich hierher brachte, mitten in der Nacht zwei Schiffbrüchige aus einem kleinen offenen Boot auffischte. Zwei Schiffbrüchige? Fragte sie gespannt. Wer waren sie? Der eine war ein alter Seemann, der andere ein kleiner Knabe. Ein Knabe? Wie sah er aus? Er hatte braune Haare und blaue Augen, wie unser Percival. Die Kranke richtete sich auf und sah ihn an, als wollte sie ihm bis auf den Grund der Seele blicken. Er wich ihren Blick aus. Ich habe den Knaben mit hierher gebracht. Willst du ihn sehen? Er ging, ohne ihre Antwort abzuwarten, zur Tür und öffnete sie. Auf der Schwelle erschien ein kleiner Knabe, das freundliche Gesicht von braunen Locken umrahmt, ein blaues Käppchen an die Brust gedrückt. Percival, mein Kind! Allmächtiger Gott, hab Dank! Sie breitete die Arme aus. Der Knabe stürzte sich an ihr Herz. Plötzlich aber entwand er sich noch einmal ihren Armen und, triumphierend auf sein Käppchen zeigend, sagte er Siehst du, Mama, mein Mützchen habe ich immer noch. Percivals Vater kehrte noch einmal nach Indien zurück, doch nur, um seine Verhältnisse dort zu ordnen und seinen Aufenthalt dann dauernd in England zu nehmen. Er war ein reicher und Vornehmer, aber er war auch ein gütiger und dankbarer Mann. Bei seinen einflussreichen Verbindungen wurde es ihm nicht schwer, Warwick eine so gute Kapitänsstelle zu verschaffen, dass er seiner Mutter und Schwester ein behagliches, sorgenloses Leben bereiten konnte. So oft Warwick von einer seiner weiten Reisen zurückkommt, besucht er Blaumützchen auf dem schönen Besitztum, das dessen Vater in England angekauft hat. Der alte, weissköpfige Mann, der ihm schon von Weitem in heller Freude die Hand zum Gruß entgegenstreckt, das ist der alte Bootsmann, der seine beschwerlichen Mehrfahrten aufgegeben hat und, wie er einst mit Blaumützchen sterben wollte, nun mit ihm leben will. Er hat sich ein getrauliches Nest in dem kleinen Torhüterhäuschen zurechtgemacht und versieht sein müheloses Amt mit Freuden. Am glücklichsten aber fühlt er sich, wenn sein junger Herr ihn aufsucht und er neben ihm auf der Bank vor seinem Häuschen sitzen und von vergangenen Zeiten mit ihm plaudern kann. Dann passiert es ihm wohl, dass er im Eifer des Gesprächs den stattlichen Jüngling an seiner Seite Blaumützchen nennt, wie damals, als Wawik ihn und den schwachen Knaben aus Schiffbruch und Todesnot errettete. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!